Bist du süß oder heiß? Persönlichkeitstest Heute geht es darum, herauszufinden, ob du eine süße Maus oder eine scharfe Braut bist. Bei allen zehn Fragen hast du vier Auswahlmöglichkeiten. Nach jeder Frage erfährst du, wie viele Punkte du erhältst. Zähle sie zusammen und entdecke mehr über dich selbst. 1. Welcher der folgenden Songs wäre dein persönlicher Favorit? a. Girls Just Want to Have Fun von Sandy Lauper b. War von Katy Perry c. Paradise von Coldplay d. Happy von Pharrell Williams a. 20 Punkte b. 40 Punkte c. 30 Punkte d. 10 Punkte 2. Wie reagierst du auf eine Flirtnachricht von einem Fremden? a. Sowas bekomme ich nicht b. Löschen, löschen, löschen Wer weiß, was der von mir will? c. Ich antworte darauf und fordere denjenigen auf, sich vorzustellen d. Ich fühle mich geschmeichelt, aber ignoriere es. Er soll sich ruhig mehr Mühe machen und mir Blumen schicken 3. Worauf fixiert sich dein Blick, wenn du einen attraktiven Typen kennenlernst? a. Seine Augen, sie sind die Fenster zur Seele b. Seine Muskeln Ich mag Männer, die im Fitnesscenter trainieren c. Seine Stimme Die verzaubert mich am schnellsten d. Seine Gesichtsausdrücke Die sagen viel a. 10 Punkte b. 40 Punkte c. 20 Punkte d. 30 Punkte 4. Was würdest du niemals machen, um jemanden rumzukriegen? a. Ein knappes Outfit an einem Ort tragen, wo ich sicher bin, dass ich der Person über den Weg laufe b. Als erstes wie zufällig seine Hand berühren c. Ihm eine anonyme Flirtnachricht schreiben d. Ich würde nichts von dem bisher genannten tun a. 20 Punkte b. 30 Punkte c. 40 Punkte d. 10 Punkte 5. Wie ist dein Fahrstil? a. Ich fahre nicht wirklich gern, ich nehme lieber die öffentlichen Verkehrsmittel b. Vorsichtig, genau nach Regeln c. Ich will damit beeindrucken und probiere ab und zu gefährliche Fahrmanöver aus d. Ich fahre gern schnell, das verleiht mir Macht und Selbstbewusstsein a. 20 Punkte b. 10 Punkte c. 30 Punkte d. 40 Punkte 6. Beschreibe deine perfekte Freitagnacht a. Filmabend mit meinen Freunden b. Von Bar zu Bar gehen c. Ruhiger Abend zu Hause d. Im Fitnesscenter auspowern a. 20 Punkte b. 40 Punkte c. 10 Punkte d. 30 Punkte wähle eine Frucht a. Banane b. Apfel c. Erdbeere d. Orange a. 40 Punkte b. 10 Punkte c. 30 Punkte d. 20 Punkte a. Wähle ein Dessert a. Muffins b. Götterspeise c. Apfelkuchen d. Marshmallowküken a. 20 Punkte b. 40 Punkte c. 10 Punkte d. 30 Punkte 9. Was tust du, wenn du dir eine Veränderung in deinem Leben wünschst? a. Ich werfe ein paar alte Sachen weg b. Mir ein Tattoo stechen lassen, um den Moment festzuhalten und ein neues Kapitel zu beginnen c. Mein Studienfach wechseln oder einen neuen Job anfangen, wenn schon, denn schon d. Sich in jemanden oder etwas neu verlieben und mich nur dem widmen a. Glaubst du an die Liebe auf den ersten Blick? a. Klar, genau darauf warte ich b. Liebe, nein, Leidenschaft, ja c. Liebe ist nicht etwas Spontanes, sie ist harte Arbeit d. Nicht wirklich, aber ich tue gerne so, als würde ich daran glauben wenn du 100 bis 170 Punkte bekommen hast, bist du eine bodenständige Frau. Du bist schlau und weißt genau, was gut für dich ist. Du sorgst dich viel um die Zukunft und weißt, dass dumme Wörter oder Behandlungen sich negativ beeinflussen können. Deshalb überlegst du immer zweimal, bevor du etwas tust oder machst und übernimmst für deine Entscheidung volle Verantwortung. Du bevorzugst einen klassischen Kleidungsstil und deine Outfits sind immer stimmig. a. Wenn dein Endergebnis zwischen 180 und 250 liegt, bist du richtig süß. Du bist nett, süß und fürsorglich. Du stehst nicht gerne im Mittelpunkt, deshalb verhältst und kleidest du dich nie provokant und du brichst keine Regeln. Du glaubst an die einzig wahre Liebe des Lebens und wartest auf den einen, falls du ihn noch nicht gefunden hast. a. Hast du 260 bis 320 Punkte bekommen? a. Wenn ja, dann kannst du dich eine Diva nennen. Dein Style ist umwerfend und deine Persönlichkeit glänzt mehr als jeder Diamant. Du gehst immer deinen Weg. Lässt dir von niemandem reinreden und bleibst, wie du bist. Du bist beliebt und deine Freunde fragen dich oft nach Tipps bezüglich Kleidungsstil oder Beziehung. Mach so weiter, Sweetie. a. Wenn du zwischen 330 und 400 Punkten bekommst, dann bist du wirklich hot. Wenn du in einen Raum kommst, macht sich die Feuerwehr auf den Weg, so heiß bist du. a. Okay, das war vielleicht ein bisschen übertrieben, aber du spielst tatsächlich gerne mit dem Feuer und liebst das Risiko. Du bekommst immer, was du willst und bist bereit, für das zu kämpfen, was du willst. Dein Motto lautet Dress to Impress. Und so gehst du in der Masse niemals unter. Du weißt, dass du jedem den Kopf verdrehen kannst. Nutze dieses Talent vernünftig. Was ist mit dir? Bist du heiß oder süß? Kannst du dich mit deinem Ergebnis identifizieren? Du weißt, dass du dich mit deinem Bereich betreibst. Du weißt, dass du dieses �U setting ein Killen aband an sein kann, wenn duõpez nach BPO 2021